Hey ho Leute, ich bin wieder The Gamer HDXD Und heute, ja, ich hab mich jetzt mit einem HD Heute spielen wir, wie ihr seht, Granny's Me Und ja, bis gleich, wenn ich das gestartet habe Und ja, dann sind wir ja auch wieder, ich hab die Tonys wieder zu besteuert Ich hab mich gar nicht gehört Seht ihr auch was hin? Hier, ich bin schon so mitgekommen Ihr müsst mal die Kontakte haben, ob ich jede Welt einzeln machen soll Oder nicht, ich fang mal wieder mit der an Achso, und der, mein Laptop ist geputzt, das kann ich auch nicht Ach, ich mach jetzt einmal auf Aua! Hm Hm Und mein Bezitter Ja, immer restart Die bauen wir mal zwei Minuten 40 Minuten Ganz einfach, weil ich keinen Bock habe, länger zu machen, weil sonst ist das Geld gleich durch Und ja, ich will ein bisschen kälte, wenn ich das nicht gedacht habe Ja Oh nein Jetzt packen wir das Jetzt packen wir das Jetzt packen wir das, ja Jetzt packen wir das, ja Jetzt packen wir die Augen damit gleich wieder Und ja Ich mache noch ungefähr Ja Ich mache noch mehr Ja Ja Na dann leute Dann soll ich an meiner Seite wieder schauen Bis zum nächsten Mal Velocitäts